Letztes Jahr habe ich euch die Ugreen Powerbank mit 10.000 mAh gezeigt. Sie gefiel mir sehr gut und meiner Freundin auch. Deswegen habe ich ihr eine geschenkt. Die hat sie aber verloren. Und deswegen liegt heute vor mir die Ugreen PowerDot PD 20W 10.000 mAh Portable Charger Powerbank. Was für ein Zungenbrecher. Aber mit nicht mehr ganz so gebrochener Zunge schauen wir mal in die Verpackung rein. Mit dabei ist ein Anleitungshäftchen. Mitgeliefert wird ein USB-A auf USB-C sowie ein USB-C auf USB-C Kabel. Den meisten Platz nimmt die Powerbank selbst ein. Die hat eine Besonderheit. Auch wenn sie auf den ersten Blick aussieht wie die erste, ist sie ein wenig größer geraten. Warum, das sehen wir gleich. Ein Wort zum Hersteller. Ugreen ist jetzt nicht der größte Zubehörname. Seit ungefähr einem Dreivierteljahr verwende ich ein USB-Hub und eben die Powerbank. Und bisher haben beide mich noch nicht enttäuscht. Aber zurück zur Powerbank von heute. An der Front befindet sich ein USB-C Port zum Laden, ein USB-A Port und seitlich ein USB-C Kabel. Damit könnt ihr beispielsweise euer Smartphone aufladen. Außer natürlich das Smartphone oder die Kopfhörer kommen mit Lightning daher. Aber dafür gibt es eine eigene Version. Das ausklappbare USB-C Kabel ist sehr praktisch, weil man kein extra Kabel zum Laden von Geräten mitnehmen muss. Ja, das ist Luxus, aber das im Powerbank sowieso. Der Bauweise geschuldet ist es zwar nicht sehr lang, aber optional geht natürlich auch jedes andere USB-C Kabel, welches natürlich auch länger sein darf. Geräte können mit bis zu 20 Watt geladen werden. Bei meinem Poco F2 Pro wird das als Fast Charging deklariert. Ist zum Beispiel das Smartphone vollständig aufgeladen, kann das USB-C Kabel wieder verstaut werden. Seitlich ist ein Button angebracht. Über jeden und die Front-LEDs kann man sich anzeigen lassen, wie voll aufgeladen die Powerbank gerade ist. Die Rückseite ist bis auf Informationen zur Powerbank leer. Natürlich könnt ihr über Power Delivery nicht nur euer Smartphone mit Energie versorgen. Je nachdem wie hungrig eure Geräte sind, wäre eine Vielzahl an kompatiblen Geräten denkbar. Eine Powerbank ähnlich wie der hier, hatte ich schon mal für mein iPhone. Das war mehr als praktisch und wird es auch wieder für meine Freundin sein. Zum Beispiel eben in der Handtasche ist jedes Kabel weniger, nützlich für die Orientierung. Jedenfalls ist die Handtasche meiner Freundin echt voll. Hier soll aber nicht nur mit Klischees gespielt werden. Auch meine Uni-Tasche war immer sehr voll und ich musste stets neben dem Notebook-Kabel zum richtigen Kabel kramen. Das müsste ich jetzt nicht mehr. Mich würde interessieren, was zieht ihr vor? Mit USB-Kabel oder ohne? Schreibt mir das doch gern mal. Denn als ich meiner Freundin davon erzählt habe, hat die gesagt, wie unpraktisch. Ich habe natürlich direkt gefragt, warum. Das USB-Kabel, was man sonst mitführt, hat sie, bevor sie die Powerbank verloren hat, auch für Datenübertragung verwendet. Das ist hier natürlich nicht möglich, außer man nimmt noch extra eins mit. Das Aufladen der Powerbank über das eingebaute Kabel ist leider nicht möglich. Das wäre wohl zu schön gewesen. Gleichzeitig wäre das aber auch ein Feature, was ich mir für die nächste Version wünschen würde. Zum Glück dürfte inzwischen fast jeder Haushalt über ein USB-C-Ladegerät verfügen. Die Powerbank nachladen sollte also auch unterwegs kein Problem sein. Ihr habt noch Fragen zu Ugreen PowerDot PD20Watt 10.000mAh Portable Charger Powerbank? Dann ab damit in die Kommentare. Puh, immer noch ein ziemlicher Zungenbrecher. Mein Name ist Tim Mohn für die NerdBench.